so du hier hinten weg ja das sind alles nur deren schlafzellen oder trainings zählen oder beides okay andererseits auch noch leer machen damit uns niemand in rücken fällt und wir hier irgendwo vielleicht noch mal schlafen können ja lieber gerogen hauen als er ist vollkommen okay du krankheit heilen alles leer das weg alles gut und ihr nicht wehrwölfe alles meisterschwertkämpfer die waren in der silberhelm festung vor so einem halben jahr jahr also für unsere helden jedenfalls noch ein ganz schönes problem so schnell wendet sich das blatt so also hier unten ist aufgeräumt schlafen fackellicht der spruch der nicht eile macht taktisch schutzes gleich spruch der eile macht und irgendwo kommt gleich was garstiges nicht du bist nicht garstig dich hatten wir schon ganz häufig weg 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 okay buch des wissens was blitzstrahl hat sie bereits okay oh oh da ist was aufgegangen und wir hatten wohl das geheult weg 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 ganz viel weg 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 Ah, da geht es aber noch weiter hoch. Okay, also es war nicht der Anführer dabei. Ich glaube, das hätten wir auch gemerkt. So, 600 Gold ist okay. 250 mehr. 260 aber klein ist okay. Viel zu groß. Alles viel zu sperrig oder zu billig. 200, na, die können wir mitnehmen. Gina vielleicht auch noch. Wir haben eigentlich Platz, oder? Na gut, wir nehmen noch ein bisschen mehr mit. Gelbe Flüssigkeit. Gelb war... Geschicklichkeit. Grün war... Ausdauer. Teleporter. Teleporter sind keine gute Idee. Vor allem, wenn man Samba-Geräusche danach hört. Das kam aber hoffentlich nicht von den Jungs hier. Unschleimig. Mag keine Schleime. Oh, du hast jetzt Stärke bekommen, weil du zu... hastig warst. Schleim. Okay. Das sind sehr viele rote Werbe für. Oder rote Punkte, besser gesagt. Du. Fauen. Zaubern. Mehr zaubern. So, erster Tod. Zweiter Tod. Dritter Tod. Da kommen die roten. Keine Zauberpunkte mehr. Das wird ein Problem. Vor allem, warum hat jetzt... Oh oh. Unser einziger Weg nach draußen wurde gerade gewundertet. Äh, lalala. Ah, sieh, da war... Du. Wir müssen jetzt schon wieder fliehen? Ernsthaft? Ja, müssen wir. Wir wissen nicht, was da unten ist. Wir haben überall Schleime gehört. Stadtportal. Blackshire. Du. Krankheit heilen. Also, der Dungeon hat es echt in sich. Kann man nicht sagen. Mit Teleportern und auftauchenden Gegnern wieder und was weiß ich. Ist ja aber 22.000 Gold. Kann man nicht meckern. Das verkaufen wir jetzt erstmal alles wieder. Was wir noch so gelodet haben. Äh, hier. Weg, 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 weg. Oh, du könntest was wert sein. Meistersch... Jetzt weiß ich, warum ich das mal anders eingebautet hatte. Du, 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 so. Damit sie Platz für die Sachen so mal saubern hat. Verdoppelt Schaden gegen die Dämonen. Ja, verkaufen. So. Rüstung. Kinkerlitzchen, Kinkerlitzchen. Verschlossen. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 25.000. Okay. Sprung nach... ...Fraven. Weil wir hier irgendwie am liebsten trainieren. Da. So. Du. 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 Wow. Das war teuer. Und Gold ist weg. Aber wir sind hoffentlich jetzt einen Ticken stärker geworden. Und schaffen es diesmal durchzulaufen. Gut. Also, wir hätten das Gold natürlich auch für ein Lloyds Beacon ausgeben können. Und dann einfach genau da, wo wir gerade weggesprungen sind, vor den Markierungen setzen. Und dann schlafen und wieder zurückspringen. Das wäre natürlich wesentlich einfacher gewesen. Ja, aber darauf komme ich jetzt erst. Also, rein da. Du. Fackelicht. Du. Buff, der nicht alle castet. Du. Tag des Schutzes. Klick. Und die Level-Ups. Du hast inzwischen 62 Punkte, verdammt. Und du kannst immer noch nicht mit der Axt umgehen. Wir könnten Schwert ein bisschen steigern. Das reduziert immer noch die Erholzeit. Und gibt einen Angriffsbonus. Panzer können wir auch erhöhen. Das spricht nichts gegen. Wir können Handeln erhöhen. Auf vier. Damit seine Stufenanstiege billiger werden. War ja schon mal im Gespräch. Aber jetzt, wo wir so viele Punkte über haben bei ihm, machen wir das einfach mal. Reparatur bist du schon Meisterkondition. Kannst du ruhig noch ein bisschen was gebrauchen. Denke ich. Bogen könntest du auch schon. Diese Fähigkeit wird zum Rüstungsklasse addiert. Also bringt es nicht so wirklich mehr so viel. Bei der Rüstung alleine hat es schon 28. Das sind jetzt sieben Punkte mehr, wenn es Meister wäre. Also, nee. Also, Kondition. Auf sieben, bis er da auch Meister werden kann. Das reicht erstmal. Du. Du hast in letzter Zeit ziemlich viele Zauberpunkte über. Fällt mir auf. Weil du halt einen recht schwachen Zauberspruch benutzt. Du brauchst jetzt einen besseren Zauberspruch. Wie zum Beispiel Implosion später. Oder Blitzstrahl. Dafür brauchst du allerdings den Meisterrang in Luft. Sonst bringt das nicht ganz so viel. Also. Luftmeister. Und. Handel. Experte. So. Du, Schatten. Kannst jetzt Meister werden. Und Meditation. Höher, damit du mehr Zauberpunkte hast. Bei dir sparen wir uns mit dem Handeln erstmal. Das reicht ja schon, wenn wir jetzt bei zwei Charaktieren Einsparungen haben. Du hast neun Punkte. Gehst durch Meditation. Weil ich ungeduldig bin. Eigentlich hätte ich warten müssen bis da. Und hey, wir sind schon Lichtexperte. Wo war der Lichtmeister? Äh. Oh, warte. Der Lichtmeister war auf irgendeiner entlegenen Insel. Hat uns irgendein Lichtexperte mal gesagt. Und wir sind vor kurzem auf der entlegenen Insel gewonnen hittet worden. Das war von... Von wo aus war das? Silvercove? Irgendwo sind wir über Wasser gegangen, beziehungsweise geflogen. Haben ein Schiff gefunden und konnten damit... Auf eine Insel. Und da sind wir gestorben. Und da ist bestimmt der Lichtmeister. Sehr schöne Erinnerung. Sehr schön. Ähm. Hilft uns hier nur jetzt nichts, weil wir die Wölfe Wölfe töten wollen. Und nicht schon wieder uns davon ablenken lassen wollen. Also du wartest mit dem Bass, bis wir Gegner sehen. Und dann versuchen wir uns zu erinnern, wo der Schiff war. Fahren dahin. Versuchen nicht sofort zu sterben. Und den Meisterlehrer zu finden. Ah, das klingt nach dem Plan. Sehr gut. Licht haben wir. Die Buffs haben wir. Schutz haben wir. Ja. Ich gehe mal links rum, um die roten Punkte wieder wegzumachen. Und wir vielleicht schlafen können. Ich bin noch hoffen, dass ich dadurch nicht... ...wieder etwas auslöse. Ups. So, keiner von euch kann Instant töten. Du. Nahkampfschaden. Zauberpunkte aufbewahren und so. Was ist das hier alles? Achso, ist denn alles Kammern? Okay. Oh. Solche Kammern. Sie... Okay. Hallo. Wer will für die Werbefe einsperren? Ihr seid echt komisch. Nichts? Okay. Hm. Hm, 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 hm. War hier noch irgendwas? Ja, 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 eine Falle. Kannst du die Kisten. So, und wo? Ich glaube, ich habe die jetzt drei, vier Mal ausgelöst. Wo sind jetzt die Gegner? Hier sind die Gegner. So, kein Roter dabei. Weg. Weg. Gib ihm. Gib ihm. Genau. Weg, 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 weg. Nee, kein Roter. Sehr gut. Wuff. Wuff. Kraftheilung. So, das heißt, die Ecke können wir vollkommen meiden. Ja, es respawnt wieder was. Hallo. Okay, Trefferpunkte werden langsam ein Problem. Du, Kraftheilung. Wuffs sind noch alle da. Wir machen recht gut Schaden, selbst mit den Mädels. Krankheiten. Oh, 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 oh. Okay. Zwischen. Nicht zurücklaufen. Verdammt. Das sind vielleicht wieder welche. Weg, 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 weg. Ja, du freust dich auch mit Keks. Du darfst durchgehen gegen Werbebekämpfung. Da sind sie wieder. So, rundenbasiert. Also, wir haben dazugelernt. Das ist schick. Wir haben dazugelernt, hier nach Osten zu gehen. Wir bringen gar nichts, außer dass nur viel mehr Gegner spawnen. Nach Westen können wir, aber dann werden wir teleportiert. Und vor dem Teleportieren müssen wir uns ausruhen. So, du, 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 Mars. Komm, kaputt. So, ich glaube, gleich können wir wieder auf Nahkampf wechseln. Jetzt so. Ihr müsst sterben, sonst können wir nicht schlafen. Na, du, krankerteil. Nicht wieder jemand krank machen. Nein. Lalalala. Ihr gebt keine Entwarnung irgendwann. Lasst mich schlafen, hau. Ne, das sind neue Gegner. Okay, du, krankerteil. So, weg mit euch. Jo, 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 jo. Grün. Grün ist... Was ist mit dir los, dass du müde bist? Krankerteilen. Nicht genug Zauberpunkte. Okay, das können wir kurz überbrücken. So. Krankerteilen. Sehr gut. Schlafen. Nicht überfallen werden. Du hältst Wache. Gut gemacht. Tag des Schutzes. Spruch, der nicht eile ist. Und gleich... Äh, Fackellicht. So. Hier lang. Hier rum. Hier waren wir überall schon. Genau, wir lösen wieder irgendeine Falle aus. Das ist egal. und da hoch ist der Teleporter. Was machen wir dieses Mal anders? Wir laufen zuerst runter, hau. Zum Ausgang. Ja, das klingt gut. Also du. Fackellicht. So, runter. Oh. Das ist ein einfacher Teleporter. Das heißt, wir hätten hier jederzeit einfach weglaufen können. Ähm, okay. Du. Eile. Und Co. So, wir gehen jetzt dahin und versuchen... Ja, irgendwie versuchen wir einzelne rauszulocken. Oder die ganze Gruppe auf einmal in Flächen zaubern. Irgendwie ein unguttes Gefühl. Okay, warten wir mal. Hops. Das sind viele. Oh, oh, oh. Entfernung. Kraftheilung. Okay. Dove Idee. Ganz, ganz dove Idee. Ohne gute Teleporter funktioniert. Sehr gut. Aber wir können hier jetzt... Ach, wir können hier sogar schlafen. Wollen wir nur nicht. Weil dann... Die hier alle krank bleiben. Also du. Steh auf. Du heil dich selbst. Also. Alle auf einmal angehen. War ein total dover Plan. Den lassen wir mal lieber. Wir müssen jetzt einzelne Grüppchen da rausbekommen. Oder einfach nur einzelne töten. Und dann wieder zurückziehen. So. Also. Ja, wir sollten noch ein wenig heilen. Und da wir fast keine Mahnung mehr haben, sollten wir halt einfach schlafen. Du. Hier hin. Oh. Hier schlafen. Also. Licht. Der Buff. Taktisch Schutz. Das brauchen wir gar nicht, oder? Schutz gegen Kilder. Federfall magisches Auge. Ja, nee. Brauchen wir nicht. Da habe ich die Zauberpunkte für. Mehr Verbrennen. Oder mehr Infernus. Oder was auch immer. Du. Eisstrahl. 1 bis 7. Implosion fehlt hier unten. Du machst 1 bis 8. Ist ein Punkt. Und inzwischen hast du genauso viel Luft wie Wasser. Heißt, der einzige Unterschied ist, dass du eine schnellere Erholungsrate hast, aber eine schnellste haben könntest. Und hier hast du jetzt schon schnellste. Also den könnte sie schneller zaubern. Das ist doof. Ich hätte echt gerne den hier. Weil wir haben inzwischen mit ihr die Zauberpunkte dafür. Hilft nix. So. Du machst also keinen Schutz. Äh. Taktisch-Schutzes. Sondern warten nur noch auf sie mit der Stunde der Kraft. So. Jetzt gib mir ein, zwei Welflies. Und du, Mara, bitte das mal eine Schaube. So. Ja. Ein einzelner Wolf. Tot. Da kommen welche. Weg, 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 weg. Zwei Wölfe. Okay, das können wir eine Weile so weitermachen, denke ich. Okay, das können wir eine Weile so weitermachen, denke ich. Also. One more. Nichts!